Liebe Tänzerinnen und Tänzer, herzlich willkommen zum Bayerisch Tanzen mit Katharina Mayer und Magnus Keindl. Und wir haben jetzt eine Spezialität für euch dabei, den Zwiefachen oder einen Zwiefachen. Es gibt ja da ganz, ganz viele verschiedene Melodien. Wir haben euch einen einfachen rausgesucht. Einfach Horst, der hat einen regelmäßigen Rhythmuswechsel. Der Zwiefach wechselt ja gerne von Drier und in den Walzer und wieder zurück. Und wir zogen euch jetzt das Lourda. Ja, und da hat ein tolles Element im zweiten Teil, gell? Im zweiten Teil, genau. Weil da verliert man sie mal ganz kurz, da dreht man sie auseinander. Aber man kommt dann letztlich doch wieder zusammen mit der Tanzpartnerin. Das ist nix, gell? Ist ja auch schön, gell? Also, es ist Lourda. Und da fangen wir jetzt auch mit zwei Dreherschritten. Wir haben unsere gewöhnliche Rundtanzfassung. Die rechte Hand des Herrn sucht sich wieder einen Platz an der Schulter der Dame. Und die anderen Hände sind gefasst. Und die Hand der Dame legt sich einfach da ab, wo sie Platz findet. Und es geht los mit zwei Dreherschritten. Schritt, Schritt, Walzer, Schritt, Walzer, Schritt. Schritt, Schritt, Walzer und Walzer. Das ist jetzt gleich schon. Das ist der erste Teil. Beim Walzer kennt ihr jetzt, wenn euch diese drei Schritte, die wir beim Walzer tanzen eigentlich immer haben, so ein bisschen überfordern, einfach hin und her wiegen. Das ist also Schritt, Schritt, wiegen und wiegen und Schritt, Schritt, wiegen und wiegen und Schritt, Schritt, wiegen und wiegen. Das könnt ihr euch aussuchen, wie es für euch einfach besser passt. Das wäre der erste Teil. Und im zweiten, wie von der Katharina schon angekündigt, drehen wir uns jetzt auseinander. Wir nehmen die Hände, die Gefassten, stoßen uns auseinander. Der Herr tritt links, die Dame rechts. Eins, zwei, drei, vier und miteinander. Drei, vier und wieder auseinander. Und das Ganze wiederholt. Und dann geht es wieder los mit Lurda, geh mal wenngal her, geh mal wenngal her, Lurda, geh mal wenngal her. Und das Ganze natürlich wieder mit Live-Musik von unserer Geigerei Schreiner. Auf geht's, pack mal's. Da können wir gleich Olli mitmachen, gell? Da machen wir gleich Olli mit, genau. Sehr schön. Also, Schritt, Schritt, wiegen und wiegen, Schritt, Schritt, wiegen, wiegen. Schritt, Schritt, wiegen, wiegen, Schritt, Schritt, wiegen. Es gibt einen Ort, ein Auseinander, ein, zwei, drei, vier, miteinander und Auseinander. Ein Land, 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 ein Land. Und ein letztes Land. Und von vorhin, Lurda, geh mal wenngal her, geh mal wenngal her, Lurda, Lurda, geh mal wenngal her, Lurda, geh mal wenngal her, Lurda, Und nach oben, nach oben, nach Good sellest vig, ja, dann bringen wir mal her. Shit, shit, panze, panze. Shit, shit, panze, panze. Shit, shit, panze. Und auseinander, was ist vor? Drei, vier, miteinander, drei, vier. Auseinander, drei, vier. Auseinander, zwei, drei, vier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020